Hallo, dies ist ein Flyer, den ich mal gemacht habe, mit diesen wenigen Worten. Diese Kirche habe ich schon 1959 gemalt, da war ich sieben Jahre alt. Und ich möchte das gerne als Buch gedruckt haben, in einem festen Einband. Und dieses, so sieht es aus, der Flyer, wenn man ihn faltet. Wenn man etwas spendet, bekommt man von mir solch einen Flyer handsigniert. Und ich möchte das gerne als Buch gedruckt haben, und zwar ein Buch mit festem Einband. Das hat nur diese wenigen Seiten. Unter meinem Copyright. Und ohne irgendwelche Verfälschung. Da suche ich jemanden, der das macht. Der das druckt. Und wie gesagt, für eine Spende bekommt man solch einen Flyer zugeschickt. Da brauche ich nur die Postadresse und mit Ansignatur. Es soll Glück bringen. Es soll die Bedeutung der Worte hervorheben. Ich habe diese Worte mal gewählt, diese wenigen. Als ich mich selber fragte, was würdest du sagen, wenn du wüsstest, es sind deine letzten Worte. Und da habe ich meinen Wortschatz auf diese Worte reduziert, weil sie die größte Bedeutung haben. Sie machen die Liebe unsterblich. Okay, das wollte ich sagen. Und schau. Okay. und